Ja, komm, ich mach mir Damage, das ist gut. Ja, nee, das machen wir mal lieber nicht kaputt. Gut. Weiter geht's. Ich weiß, es ist als Blaze ziemlich langweilig, so zu schauen, aber... Ich hab's im letzten Part schon erwähnt. Mir geht's nicht so gut, ich bin verdammt müde. Ich kann aber gleichzeitig nicht schlafen und wenn ich viel rede, dann wird mir schwindelig. Und ja, mir ist eigentlich jetzt schon schwindelig, aber ich zieh das jetzt durch. Okay. Ah, die sind ja resistent. Oh! Das ist eine Granate, oder? Und tschüss. Noch mehr. Deine Mutter war das. Öy! Äh, 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 äh. Ah, böse. Böse. Wenn ich daran denke, dass ich nachher noch einen Minecraft-Part aufnehmen muss, dann geht's mir gleich noch viel, viel besser. So. Hätten wir alles geholt hier. Gut, dann können wir hier schauen, was das wie eine blaue Kritze ist hier. Ja, da komm ich nicht rein. Jawoll. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, 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 oh. Drei Dollar. Ja, ist viel. Moment, hier geht's durch, oder? Ja, ungefähr. Äh! Ah, das ist nur so ein kleiner. Okay, Freunde. Das ist nicht funny. Ey! Komm! Sag mal! Geht's noch? Äh, 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 äh. Ah. Das ist eine harte Strafe, aber eine gerechte für dich, du Missgeburt. Pendejo. Komm! Komm! Aha. No chance. Hm? So, hast du noch mehr hier? Sieh nicht danach aus, ne? Banaten-Mod. Komm, gib Geld. Äh! Halt die Klappe, ey! It's seriously a... Boah, ey! Komm! Und, wo muss ich durch? Na? Da vorne links. Ich hab keine Ahnung, wieso ich diesen weiten Weg gehe. Ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung, wieso ich diesen weiten Weg gehe. Ich kann's mir selber nicht erklären. Hör! Bringst du einen Mantel aus mir! Du machst einen Mantel aus mir. Schön! Für dich. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Bitteschön! Ich glaub, die sind bedient, oder? Der nicht. Seht ihr, ohne zu zielen... ...mach ich diese Wichser fertig da, ey. Okay, Freundchen. Ah, das ist ein Nomade, ja, ja, ja. Ich liebe es, wenn ich zu viele Munition verbrauche. Eridium! Woll! Eridium können wir immer gebrauchen. Für den lieben, lieben Schwarzmarkt. So, komm schon. Ja, oh, oh, oh. Sieht nach Sniperwaffen aus. Und da noch ein Schild. Wow. Ach du meine Güte. Ja, gut, es macht weniger Damage, aber es ist sehr effektiv gegen Fleisch. Ah, ne, das hier, warte. Ja, das auch effektiv gegen Fleisch und macht mehr Damage. Ist dat ne geile Sache. Wow, sieht die geil aus. Sieht die geil aus, diese Waffe. Mein Gott, was hab ich denn da Schönes gefunden. Eieiei, das Glück bleibt mir halt. Oh, 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 oh. Gut. Und wir sind auch gleich hier angekommen. Bei unserem Ziel, bei Clayton. Gut, das gibt mir Geld. Was wäre ein Kult ohne altmodische freiwillige Opferbringungen? Nein, hab ich nicht. Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort Haus entflammen. Hä? Öffne das Plumps-Klo. Aha, 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 okay. Nimm das Matchstick. Er will die Flamme sehen! Ich will einfallen mit dem Firehawk! Das Matchstick ist unser frommster Bruder. Er hat dem Firehawk nur mit einer Flammenpistole und seinem Glauben gewaffnet. Über 100 Menschen leben da. Über 100? Wow. Äh, aber das waren doch bestimmt alles nur Kult-Anhänger, oder? Oder? Ähm, wie will ich, habe ich jetzt diesen Psycho im Inventar, oder was? Wo ist denn der jetzt, dieser Zwerg? Ich will den mal sehen im Inventar. Na gut, er ist nicht da. Gott. Bringe Matchstick, Matchstick zum Frachter. Ja, okay. Gut. Boah, wie das Ding glänzt mit den Farben, ey. Schaut euch die kranke Scheiße an. Ey, geile Sache. Boah, Mann. Das ist echt eine coole Sache. Ohne Scheiß. So, jetzt können wir... Moment, wir können ja hier... Zuerst mal... ...Munition. Ne, mach ich nicht. Gut, hier. Äh, kannst du haben. Kannst du haben, kannst du haben. Kannst du auch. Infrarot. Ne. Das kannst du natürlich nicht haben. 144. 393. Große Kapazität. Verringert die maximale Gesundheit. Halt die Klappe. Äh, können wir das freischalten? Ja, Skin freigeschaltet. Gut. Schön. Sonst haben wir nichts mehr. Schön. Gut. Schnellreisesystem. Ähm, Moment. Beschaffe die Abhöraufnahme von Lilith. Ja, das gehen wir zuerst mal abschließen. Ist das... Southern Shelf? Frostbond... Ist das in Sanctuary? Ah. Japp, Sanctuary. Da gehen wir noch kurz hin, bis die... ...restlichen paar Minuten des Parts vorbei sind. Lilith, wo bist du? Verario. Ja, natürlich hier. Drin. Ne, ich will jetzt das geile Ding hier sehen. Lilith! Hallo. Nun, da der Schnüffler tot ist, seine Aufnahmen zerstört sind, tappt Hyperion bezüglich Lilith weiter im Dunkeln. Danke. Je weniger Hyperion über mich weiss, desto besser. Du hast die... Ach, Echoes doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. Das gefällt mir. Claptrap. Was ist das? So, ja, da bin ich wieder. Ja, mein liebes Origin hatte eine Meldung für mich. Und dann ist Borderlands 2 abgestürzt und... Wir sind beim Shell-Reisesystem. Schön, oder? Da hat der Claptrap extra für uns gesungen. Wupp, 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 wupp und so. Und jetzt können wir die Quest nochmal abgeben. Ja. Ist natürlich auch schön. Dann gehen wir nochmal zu Lilith. So, da bin ich wieder. Ein zweites Mal. Danke. Je weniger Hyperion über mich weiss, desto besser. Du hast die... Ach, Echoes doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. Ja, dumme Frage. Natürlich habe ich das gemacht. So, was haben wir denn da bekommen? Schalte diesen Kopf für das Schnellwechselsystem. Frei, wenn es aus deinem Inventar heraus verwendet wird. Ich habe den Kopf freigeschaltet. Was auch immer mir das bringt. Ich habe... Was ist nicht schlimm? Was ist nicht schlimm? Da vorne ist der Schwarzmarkt. Mal schauen, wie viele Ridium wir haben. Um diesen alten Knacki zu geben. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Ja, ja, hi. Ja, vier Stück habe ich. Sollte gerade reichen, oder? Pistol-Munition. Ja, um 100 erhöht. Besser als Geld. Schön. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich achte deine Meinung. Was ist denn das? Nichts. Gut, wo ist schon wieder das Schnellreisesystem hier drin? Glaub schon, oder? Ja, die goldene Kiste. Jawohl. Deine Mutter. Boah, das klingt doch auch gerade noch so geil, wie die Waffe ist, wenn es schießt. Ey, mein Gott. So, egal. Ne, ich will nicht nach Three-Horns-Wallee. Weil, ja gut, Stufe 12. Ne, wir machen das zuerst mit Lilith-Anhänger. Das ist nämlich für Stufe 8. Ja. Dann können wir das auch noch gleich machen, obwohl es für Stufe 5 ist. Kann man das irgendwie nicht mehr ignorieren? Ordnen. Ja. Hm, ne. Gut. Three, ne, Southern Shelf. Claptraps Place. Ah, da kann man sich auch hin porten, alles klar. Macht nix. So, und ich verabschiede mich auch gleich. Während es hier fertig geladen hat. So. Liarsburg. Ist hier Sir Hemaloc? Ne, der lebt nicht mehr hier. Gut. Äh, wir sehen uns morgen wieder. 18 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 個月. Tschüss. Vielen Dank.